WOLFGANG RADEMACHER Schön, dass Sie hereinschauen. Ich bin Wolfgang Rademacher und möchte Sie jetzt mal etwas fragen. Kennen Sie Timetrack? Dann passen Sie mal auf. Durchleben Sie jede Situation Ihres Daseins noch einmal, so als würden Sie gerade erst in Ihr Leben treten. Tauchen Sie in die Vergangenheit ein, plastisch und mit all Ihren Sinnen. Wer keine Erinnerung hat, hat auch kein Leben. Wie aber sehen die Gedächtnisinhalte bei den meisten Menschen aus? An das, was Ihnen die Vergangenheit eingebracht hat, erinnern sich viele bestenfalls nebulös. Nur eine Handfall klarer Erinnerungsgipfel ragen aus diesem Wolkenmeer unfreiwilligen Fastvergessens hervor. Das muss aber nicht zwangsläufig so sein. Ich stelle mit Timetrack eine von mir selbst entwickelte Methode vor, die dem Gedächtnis mächtig auf die Sprünge hilft. Selbst Erinnerungen, die unter dem Geröll jahrzehntelangen Vergessens begraben gelegen haben, werden mit Timetrack wieder an die Oberfläche geschaufelt. Noch einmal mit der ersten Sandkastenliebe Händchen halten. Timetrack lässt Sie in Nullkommanichts in die selige Kinderzeit eintauchen, einschließlich der Schmetterlinge im Bauch. Angehörige, Freunde oder Verwandte wieder treffen, die längst von Ihnen gegangen sind. Auch dieses wertvolle Erlebnis macht Timetrack möglich. Oder sich wieder Wort für Wort an ein wichtiges Gespräch erinnern, das Sie vor einigen Jahrzehnten geführt haben und dessen Inhalt heute für Sie sehr wichtig ist. Timetrack lässt jedes Wort wieder lebendig in Ihren Ohren klingeln. Oder Sie wollen sich ein bestimmtes Gemälde wieder in Erinnerung rufen, das Sie als Kind fasziniert hat. Oder einem bestimmten alten Musikstück lauschen. Oder den Geschmack Ihrer Leibspeise von damals, heute erneut auf Ihrer Zunge spüren. Das alles und vieles mehr wird mit Timetrack eine Ihrer leichtesten Übungen sein. Alles, was Sie brauchen, ist mein Buch und Offenheit für die Dinge, die ich dort beschreibe. Was Sie garantiert nicht brauchen, ist ein variétéreifes Elefantengedächtnis. Denn das kommt mit der Lektüre von Timetrack ganz alleine. Machen Sie all die bequemen Übungen, die ich in meinem Ratgeber aufführe. Sie werden sehen, der Zeitsprung zurück in Tage, die längst vergessen schienen, ist gar nicht schwer und gelingt Ihnen von Mal zu Mal besser. Ihre Umwelt wird erst staunen und Sie dann bewundern. Wie machst Du das nur? Wie kannst Du Dich an diese Dinge noch so genau erinnern? Das liegt doch nun schon so viele Jahrzehnte zurück. Nicht zuletzt hilft Ihnen Timetrack, traumatische Erinnerungen aufzuarbeiten. So nehmen Sie den negativen Erlebnissen von gestern die Macht, Ihr heute auf fatale Weise zu beeinträchtigen. Sie werden endlich frei für ein neues, unbelastetes Leben. Wie in all meinen Büchern pflege ich auch in Timetrack einen sehr lebendigen Sprachstil, der sich durch Lebensnähe, Frische und Verständlichkeit auszeichnet. Ergänzt wird das Buch durch seine Trainingssoftware, mit der Sie Ihre Gedächtnisleistung systematisch und in kürzester Zeit steigern können. Dieses praktische Programm ergänzt sich perfekt mit dem neuen Wissen, das Ihnen Timetrack erschließen wird. Weitere Informationen finden Sie auf der Erfolgs-Online.de Ihr Wolfgang Rademacher Und denken Sie daran, niemals aufgeben! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.